Mitglieder des Medienrates und der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, kurz MABB, haben im Rahmen ihrer alljährlichen Senderreise am Montag Seenluft24 besucht. Nach einer Besichtigung der neuen Studioräume im Senftmerker Schlossparkcenter ging es in einem Arbeitsgespräch um die Herausforderungen im Lokaljournalismus und den Wandel in der Medienlandschaft. Seenluft24 sei einer der führenden Lokalfernsehanbieter im Land Brandenburg, betonte der Vorsitzende des Medienrates der MABB Martin Gorholt. Die Medienanstalt ist das höchste Kontrollorgan der privaten Rundfunkanbieter. Eine weitere Station des Besuchs am Montag war der Lokalsender Lausitz TV aus Cottbus.